Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesner News. Heute habe ich ganz viele Firmware-Updates, vielleicht ist deine Kamera dabei. Es gibt das vielleicht perfekte Stativ, dann gibt es neue Kameras von diversen Herstellern und am Ende geht es auch noch darum, dass ich die Nase voll habe und was ich künftig anders machen möchte. Also es lohnt sich bis zum Ende zu schauen. Ich fange oben an, das vielleicht perfekte Stativ, mal wieder, das hört man öfter mal, auf Kickstarter, ich verlinke das, ich sehe im Moment diverse Videos auftauchen, wo immer dran steht, das perfekte Stativ zum Reisen oder für Landschaft oder was auch immer. Ich habe es mir angeschaut, nicht in die Hand genommen, aber halt eben das Stativ angeschaut. Meiner Meinung nach ist es absolut nicht perfekt, also ich habe null haben wollen, aber ich verstehe natürlich ein bisschen den Charme dabei, weil die Idee ist, es ist ein super leichtes, kleines, kompaktes Stativ. Erster Grundsatz für Stative, wir haben ein ausführliches Video zu Stativen gemacht mit dem Sebastian zusammen, das vielleicht nochmal anschauen. Grundsatz Stative, je leichter, desto schlechter beim Fotografieren. Je kompakter, das heißt je mehr Elemente, desto instabiler logischerweise, mehr Gelenke macht das Stativ ja nicht stabiler. Nichtsdestotrotz verstehe ich natürlich, dass man beim Reisen ein Stativ haben möchte, das möglichst kompakt ist. Und gleichzeitig möchte man ein hohes Stativ haben, das heißt man muss viele Gelenke haben, weil dann kann man das machen. Dann kann man es klein im kompakten Packmaß machen und trotzdem nachher groß. Vielleicht so, als Daumenregel habe ich das gerne, dass ein Stativ mindestens mal die Kamera auf Kopfhöhe bringt. Es gibt ja auch leichte Reisestative, die halt nicht so hoch sind, okay, verstehe ich. Aber ganz ehrlich, Kopfhocharbeiten ist schon manchmal nützlich, also wirklich nützlich. Und dann haben die neu, das habe ich so tatsächlich noch nie gesehen, finde ich innovativ und finde ich auch gut. Ich gucke jetzt auf einen Stativ von Roller, das hat eine Mittelsäule, so wie die meisten Stative halt. Und das hat nicht eine Mittelsäule, sondern so drei Säulen quasi. Dadurch sollte die Kamera, wenn man die Mittelsäule benutzt, stabiler sein. Daumenregel, man sollte die Mittelsäule zum Fotografieren sowieso nie benutzen, weil immer ein bisschen unstabil. Vielleicht gilt das da nicht, das weiß ich nicht. Ich nutze die Mittelsäule sehr viel, weil ich häufig filme. Jetzt habe ich die Mittelsäule ausgefahren. Natürlich mache ich das. Warum denn nicht? Die Kamera bewegt sich ja nicht. Es ist ja kein Wind hier. Du kannst es dir mal anschauen. Vielleicht findest du es ja auch perfekt. Ich selbst halte das für ein bisschen Hype. Aber es ist super erfolgreich auf Kickstarter. Ich müsste ja nicht die Bissner Edition von dem Stativ machen, weil offensichtlich kann man damit erfolgreich sein. Ich drücke mich so ein bisschen davor. Es gibt einfach sehr viele gute Stative. Und auch sehr viele Stative, wo ich sage, die sind wirklich gut. Und nicht nur, die sind Hype. Nikon, Nikon Z9, Firmware 3.0, also ein Major-Firmware-Update mit diversen neuen Funktionen. Zum Beispiel kann man im 8K-Video reinkroppen. Also man filmt mit 4K, hat aber quasi 8K und croppt dann so rein, so animiert. Das hat natürlich den Vorteil, ich habe immer noch 4K, aber ich habe halt eben einen Crop-Faktor von bis zu 2. Man kann das schadbar konfigurieren. 1,5 und 2, glaube ich. Das heißt, für alle, die ein bisschen mehr Tele haben wollen, man ist natürlich flexibler mit dem Objektiv. Man hat einen Weitwinkel drauf und hat zusätzlich halt quasi die doppelte Brennweite. Das ist schon sehr charmant. Ich habe es nicht ausprobiert, aber als Filmer würde ich sagen, ja, macht total Sinn. Außerdem neue Firmware für die Nikon D850. Die ist auch schon ein paar Jahre alt. Wann war ich denn da mit unterwegs? Im Elbsandstein? 2019 kann das sein? 2018 sogar noch? Da war ich so mitten im Umzug, glaube ich. Ich glaube, 2018 muss das gewesen sein. Jedenfalls schon ein paar Jahre alt und das zeichnet Nikon aus, habe ich letzte Woche schon gesagt. Danke Nikon, dass sie teilweise auch ihre alten Kameras noch mit Firmware, irgendwann natürlich nicht mehr, aber auch Firmwares geben, was natürlich gut ist. Außerdem Nikon Z5. Dann Firmware, wir bleiben dabei. Fuji X-H2 und X-H2S haben ebenfalls neue Firmware. Auch da vielleicht vorbeischauen, wenn du eine von diesen Kameras hast. Für Fuji gibt es ein neues Objektiv von TT Artisan. Die habe ich hier schon öfter erwähnt. Das ist eine chinesische Firma, ich habe keinen Kontakt zu denen. Die machen sehr günstige Objektive ohne Autofocus. Neu, das ist das erste Mal scheinbar, dass sie auch ein Fuji Objektiv mit Autofocus haben. 27mm f2.8, so ein kleines Pancake-Objektiv. Wenn man das braucht, sei dahingestellt, aber klein, kompakt und flexibel und so. Warum nicht? So als immer drauf, wenn man halt super kompakt haben möchte. Weil eine kleine Fuji Kamera, die passt mit dem Objektiv dann in die Winterjackentasche. Also vielleicht gar nicht so ganz verkehrt. Aber man hat trotzdem irgendwie eine vernünftige Kamera dabei. Kann man sich ja mal anschauen. Und wie immer bei sowas ist es gut, weil das Druck auf Fuji ausübt. Sie können ihre Preise nicht beliebig hoch machen von den Objektiven. Wenn es vernünftige Objektive in der Mittelklassenqualität, sag ich mal, für einen Bruchteil des Preises gibt. Irgendwann geht das nicht mehr. Von sowas ist das immer gut. In die gleiche Bresche schlägt Tokina. Die haben ein 300mm, 600mm und 900mm Festbrennweiten. In Lichtschwach, aber immerhin für APS-C. Das heißt mit Crop-Faktor. Das heißt aus dem 900mm wird dann ein 1300-1400mm Objektiv. Das ist dann schon ziemlich tele. Das ist keine Ahnung, für wen das ist. Das gibt es von Canon ja auch. Ich weiß, das schreiben immer ganz viele. Doch, das will ich haben für Flugzeuge oder so. Weiß ich nicht, was man damit fotografiert. Aber der Vorteil ist natürlich, ist es klein, kompakt, nicht super teuer. Dafür halt eben lichtschwach. Das ist halt so. Das ist klar. Man hat einen Trade-off. Wenn du wissen möchtest, wie eine Canon R7 innen drin aussieht, was da so alles drin ist. Ich verlinke das. Cola Vision, die haben eine R7 auseinandergenommen und halt eben zeigen halt, was da so alles drin ist und so weiter und so fort. Kann man sich mal anschauen. Ist ja auch überraschend viel Technik einfach drin in einem kleinen, doch relativ kleinen Gehäuse dafür, dass da so viel Hardware drin ist. Das ist ja immer so eine Bastelei. Das ist sicherlich spannend. Ich habe mich nie damit beschäftigt, aber so eine Kamera zu bauen, als wirklich auf der Ingenieurseite, ist sicherlich spannend. Da haben wir einen ganzen Haufen Constraints, die man irgendwie machen muss. Preisdruck und so kleine Komponenten und es muss leicht sein und es darf nicht zu heiß werden, etc. Ist sicherlich nicht einfach. Dann kennen R6, wir wissen, dass die demnächst kommt, also R6 II und zwar, letztes Gerücht ist, zusammen mit einem neuen 135mm Objektiv. Ich weiß, der eine oder andere Portrait-Photograph mag 135mm, mir selbst ist das zu, macht das für mich keinen Sinn, aus folgenden Grund. Weil die Frage ist ja immer 135 oder 70-200, weil da habe ich 135 ja auch dabei. Man kann sagen, 135er hat dann Lichtstärke 1,8, 2,0 sowas, 1,8 angeblich jetzt. Aber 135 mit 1,8, Headshots kannst du damit nicht machen, vergiss es. Weil, ne, so viel Schärfentiefe, das macht ja gar keinen Sinn. Ich nutze 135 tatsächlich sehr gerne für draußen Portraits am 70-200er auf Blende 2,8 oder sogar eher auf 3,5, 4. Weil auch bei 4 habe ich immer noch super wenig Schärfentiefe. Es sei denn, ich bin weit weg, ich mache ganz Körper und so. Aber dann ist sofort die Frage, warum 135, warum nicht 200? Weil dann, wenn ich das 70-200er habe. Deswegen verstehe ich das Objektiv nicht. Ich verstehe ein 105er. Ich habe ein Video gemacht zu dem Sigma 105. Ein sehr geniales, also ein richtig so machtsüchtig Objektiv. Ich konnte widerstehen, ich habe es nicht. Aber ich habe das immer im Hinterkopf. Das ist so irgendwie, boah, war das ein Monster. 105mm Sigma. Das Canon 135, wie gesagt, diese 30mm mehr sind mir dann zu viel für die Lichtstärke, weil ich die dann wirklich nicht brauche. Aber das ist immer so ein Trade-off, weil, um das noch abzuschließen, 105mm, habe ich gerade gesagt, liebe ich. 135 ist mir zu viel. Mit 105 kann ich dichter rangehen. Wenn ich 135 habe, dann kann ich auch 200 nehmen. Das ist so ein bisschen so. Man verliert Flexibilität, weil es geht dann nur noch draußen. Und 100er kann man auch nochmal drinnen benutzen, im größeren Studio oder im Saal oder so. Aber 135 drinnen, ja, Headshot. Aber warum? Ganzkörper, ja, nein, drinnen nicht. Deswegen so ein bisschen so. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, ich weiß genau, wer jetzt einen Kommentar schreiben wird, dass er das am liebsten benutzt. Ja, ich antworte dir diesmal nicht. So, Diskussionen haben wir schon öfter in den Kommentaren. Olympus, die gibt es noch, also unter anderem Namen, ne? Aber bringt jetzt die OM-D E-M5 Kamera raus? Ich verlinke ein Review-Video drüben bei DP Review. Ich selbst habe mich mit der Kamera nicht beschäftigt. Ich habe von Olympus keine Ahnung, kann die nicht bedienen. Aber der eine oder andere von euch hat ja noch so eine und ist vielleicht daran interessiert. Luminar. Luminar ist Software, die bringen ja immer wieder neue Funktionen raus. Und zwar neu Fokus-Stacking. Ich habe ja gerade das Video rausgebracht, so der Sony A7 R5. Das ist kompliziert, ne? Canon R5 und Sony R5. Das werde ich eine Million mal verwechseln. Naja, also Sony A7 R5, die hat neu Fokus-Stacking in der Kamera drinnen. Das heißt, man kann ein Fokus-Stacking machen und da könnte man das in Luminar kippen und in Luminar zusammenrechnen lassen. Geht auch in Photoshop. Super einfach. Haben wir ein Video zugemacht. So ein 2-Minuten-Video, weil das ist super einfach. Also, überhaupt kein Problem. Wenn du mal wieder Lust hast, wenn du Motivationsprobleme hast mit dem Fotografieren und dich mal wieder richtig inspirieren lassen willst, das macht Sony halt echt, ich verlinke das Video. Das ist nur 3 Minuten lang oder so. So ein Werbe-Video für Fotografie, wo halt ein paar Fotografen sagen, warum sie fotografieren und geniale Landschaftsaufnahmen und dann mega gut gemacht. Also richtig so, man guckt das, ah, ich muss fotografieren, ah, egal mit welcher Kamera. Also es ist kein Sony-Werbefilm, sondern Werbefilm für Fotografie. Das haben sie bei der A7 IV auch schon gemacht. So ein geniales Video und das ist auch so genial. Also dann habe ich mehrfach geschaut. Und dann habe ich mich schlecht gefühlt, weil ich zu Hause sitze und nicht unterwegs bin. Naja. Speaking of Filmen, Top Gun. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht geschaut. Es steht auf der Liste. Meine Frau und ich wollen zusammen gucken. Wir finden nie mal irgendwie einen freien Abend, wo nicht einer von beiden einschläft, bevor der andere parat ist und so. So ein bisschen ein Problem. Wenn du kleine Kinder hast, kennst du das? Kind ins Bett bringen, mit einschlafen. Oder halb einschlafen und danach so K.O. sein, dass man dann wieder doch ins Bett geht. Naja. Also Top Gun. Ich habe ein interessantes Video gefunden, wo sie ein bisschen erklären, wie sie das gefilmt haben. Also mit der Filmcrew. Ein eigenes Flugzeug dafür entwickelt quasi oder umgebaut, damit sie halt diese Flugzenen machen können. Also genial. Also verrückt. Also verrückt. Wirklich verrückt. Noch verrückter ist aber das hier. Die Technik hinter Matrix, der aktuelle Matrix-Film, der ist ja auch so total Spezialeffekte und so weiter. Das sind deutsche Firma übrigens, die dafür zuständig ist, die darauf spezialisiert sind. Die sagen, sie haben den schnellsten Speicher der Welt zum Beispiel. Sie haben da irgendwie hunderte Kameras. Also anschauen, unbedingt anschauen. Das ist ein Potato Jet. Man muss ein paar Mal durchsippen, weil er macht sehr viel Video für Insta360 in dem Video. Aber der Teil, der sich mit Matrix-Technik beschäftigt, ist mega spannend. Also total abgefahren, was da geht. Und wie verrückt sie das machen, wie aufwendig sie das machen. Was für Datenmengen sie haben, weil sie viele Kameras für die 3D an sich, damit sie nachher da in 3D um einen rumschauen. Wirklich verrückt. Wäre nichts für mich. Aber spannend natürlich, sich das mal anzuschauen. So, rüber zu Team Wiesner. So, wo fange ich an? Wir haben Zielfoto.com, haben wir ja jetzt so ein bisschen online gestellt. Wir sind auch im Public Beta, aber nichtsdestotrotz, per se funktioniert es ja. Vielen Dank für alle Feedback. Wir haben ganz viele Feedbacks gekriegt natürlich. Viel Lob, Dankeschön dafür, aber natürlich auch viel, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Wir sind da dran, wir arbeiten das ab. Das dauert natürlich ein paar Tage. Wir haben eine Staging-Umgebung, also quasi einen zweiten Server, wo wir dann, wenn wir Fehler beheben, machen wir das auf diesem zweiten Server, testen das und erst dann spielen wir das auf die richtige Umgebung rein. So macht man das in der professionellen Softwareentwicklung. Das ist ein ganz normales Vorgehen, aber das macht es halt ein bisschen langsamer, aber dafür basteln wir nicht so viel am offenen System rum. Teilweise sind es Datenfehler, die korrigieren wir natürlich dann direkt, aber wenn es halt programmiertechnische Fehler sind, dann kann unser Entwicklerteam da rumspielen. Wir können das testen und dann spielen wir es rüber. Deswegen sind Updates nicht zwingend sofort zu sehen, auch wenn wir sagen, wir haben es behoben, aber wir haben es vielleicht nur auf der Umgebung behoben. Also es dauert einen Moment, aber wir sind dran mit Nachdruck. Aber unser Ziel ist natürlich so ein bisschen, dass wir so richtig, richtig live sind bis zum Black Friday und erst Ende November, das ist nicht lange hin. In Entwicklertagen ist das nicht so furchtbar viel. Deswegen sind wir da natürlich dran. Black Friday ist das Stichwort. Nicht vergessen, dass alle Kamerahersteller natürlich jetzt auch wieder Winterrabattaktionen und so weiter machen. Wenn du regelmäßig auf zielfoto.com vorbeischaust, dann bist du da immer informiert, was so die aktuellsten Top-Angebotspreise sind. Wir publizieren das da natürlich auch. Canon, Nikon und so weiter, die bringen ja immer so eine Winter-Cashback-Aktion und so weiter. Und natürlich wollen sie auch die neuesten Kameras bis dahin platziert haben, so wie jetzt die Canon, nein, die Sony R5. So werden sie sicherlich auch Canon, Nikon, Fuji und so weiter. Olympus ja auch gerade. Also fehlen noch Canon, Fuji, Canon und Fuji fehlen noch. Die werden natürlich wahrscheinlich auch die X-T5 und die R6 vor Black Friday ankündigen. Wäre ja komisch, wenn sie es danach machen würden. Sage ich jetzt mal so. So, dann haben wir Probleme mit Fotos und Rechten. Dazu habe ich einen Blogartikel auf zielfoto.com gemacht. Ist tatsächlich so, wir sind dran an dem neuen Zielfoto extrem. Das heißt, wir sammeln jetzt die Texte ein und das heißt, wir schreiben dann verschiedene Leute ran, die irgendwas Cooles gemacht haben, Abenteurer und so. Und das sind teilweise Leute, die Bücher geschrieben haben, die auf Vorträge gehen und so weiter. Und das sind wirklich interessante, faszinierende Leute, die die Abenteuer in der Regel auch so gemacht haben, dass sie wussten, dass sie nachher dazu publizieren und die keine Fotos haben. Oder der eine hat zum Beispiel, der war allein unterwegs, monatelang gewandert und der hat sich gefilmt. Der hat quasi die Kamera hingestellt, ist an der Kamera vorbeigelaufen und hat halt auch nachher aus diesem Video ein Foto genommen. Das kann man ja machen. Das reicht scheinbar. Für Webseite reicht das, für Social Media reicht das und scheinbar auch für seine Multimedia-Shows. Der macht jetzt Shows. Aber für mich zum Drucken nicht. Will ich nicht haben. Der eine hat mir geschrieben, hat mir einen Link geschickt zu einem YouTube-Video und gesagt, ich könnte mir doch die Fotos aus dem YouTube-Video ziehen. Nein, die drucke ich nicht. Also das eine ist, die haben gar keine Fotos oder die sind so schlechter Qualität, dass sie sich nicht nehmen kann. Einer, der war wirklich cool, also tolle Story, der kann auch toll schreiben. Aber der war mit einer Action-Kamera unterwegs. Der war im Wasser unterwegs, schwierig, ich verstehe das. Und er hat halt ganz viele Aufnahmen mit der Action-Kamera. Ich habe mir ein paar Fotos angeschaut. Ja, auch noch eine ältere Geschichte vor ein paar Jahren, also nicht eine aktuelle GoPro. Sorry, kann ich nicht drucken. Oder denn es ist Leute, die haben sogar sehr hochwertige Fotos, aber die haben die Rechte dazu nicht. Das ist auch so ein typisches Problem. Das ist ja immer so ein Problem mit den Rechten. Das heißt, das ist jemand, ein bekannter Sportler zum Beispiel, der wird dann von irgendeinem Red Bull-Fotografen fotografiert und er darf die Bilder für Social Media verwenden, vielleicht sogar, aber er darf sie mir nicht kommerziell geben für den Druck. Das heißt, ich müsste eigentlich einen Vertrag mit ihm machen über den Text und einen Vertrag mit dem Red Bull-Fotografen über die Rechte und der will großes Geld haben, habe ich nicht. Und dann ist es meistens nicht nur einer, sondern mehrere Fotografen. Das heißt, ich müsste mit jedem Fotografen einen Deal machen und die wollen irgendwie Red Bull-Preise haben. Und ich sage, ja, nein, Quatsch. Ich bezahle doch nicht dem Autor 1.000 Euro und dir 5.000 Euro für die Fotorechte und ich mache einen Verlust nachher mit dem Buch. Also so ein Quatsch. Das heißt, die Folge ist so ein bisschen, die Story ist geplatzt, was schade ist, schade für euch, schade für den Fotografen, schade für den Abenteurer, also für alle schade, alle verlieren. Und eigentlich nur, weil man sich nicht vernünftig geeinigt hat im Vorfeld, keinen richtigen Vertrag gemacht hat, was damit gemacht werden darf. Das ist ein bisschen speziell, weil diese Verträge, wenn man einen macht, sind die in der Regel so, die Leute können die Fotos, so mache ich das auch, die Fotos können die, die Leute können die Fotos nicht kommerziell nutzen. Meine Nutzung ist aber kommerziell. Das heißt, man müsste dann in den meisten Fällen sowieso nachverhandeln. Und das ist halt, bin ich halt nicht der Axel Springer Verlag. Das wäre was anderes, wenn ich die Bild-Zeitung wäre und sagen würde, ich mache einen Artikel und ich zahle dann halt 300 Euro pro Bild oder sowas. Das können wir nicht machen, weil wir haben viele Bilder und das würde sofort das Budget sprengen. Deswegen macht das halt irgendwie alles gar keinen Sinn. Ist ein bisschen doof, also wenn du mal ein großes Abenteuer machen willst, mach dir im Vorfeld Gedanken, wenn du groß rauskommen möchtest und im Zielfoto landen möchtest, wie ist das mit den Rechten? Wer hat welche Rechte? Wer hat welche Fotos? Und so weiter. Das ist ein bisschen am Rande, weil das die meisten von euch natürlich auch so ein bisschen am Rande betrifft, weil es passiert immer mal wieder, oder? Dass man unerwartet eine Anfrage kriegt von irgendeinem Verlag oder so, dürfen die Bilder gedruckt werden und dann geht es los. Ja, habe ich überhaupt die Rechte dran? Also an den Personen und so weiter, weil das ist ja das nächste Problem. Man hat dann die Fotos, man hat die Rechte an die Fotos, aber was mit den Rechten der Personen da drauf? Da haben wir im Zielfotomagazin auch einen kleinen Artikel zu von einem Rechtsumfalt und es gibt bei mir auf YouTube auch mehrere Videos zum Thema Recht für Fotografen, wo ich Anwälte interviewt habe. Schon ein bisschen älter, aber aktuell, weil es natürlich ein Fass ohne Boden ist. So, soviel dazu. Das ist so ein Thema, was mich diese Woche beschäftigt hat, weil es natürlich dann auch viel Arbeit macht, weil man schreibt die Leute an, ja, ich bin dabei, dann sagen sie mir, worum es geht. Ja, tolle Story, die will ich haben, dann mache ich mich schlau und dann kaufe ich mir vielleicht sogar das Buch von denen und lese da rein und so und dann stellt sich nachher heraus, wenn ich den Vertrag zu schicke und da steht drin, ich brauche 50 Fotos, äh, Fotos? Ja, ich habe dir ein Buch geschickt voller Fotos. Naja, okay. Soviel dazu. Dann DHL. DHL erhöht natürlich die Preise für mich, das ist immer doof. Das ist jetzt noch witzig, weil ich habe halt einen Vertriebspartner von DHL, der dann einmal im Jahr zu mir kommt und mir zu sagen, die Preise werden, er ist eine arme Sau, weil der fährt sechs Wochen lang rum und erzählt seinen ganzen Kunden, dass die Preise teurer werden und er kann ja nichts dafür. Also ganz netter. Naja, also Preise werden teurer, nur 5 Prozent, habe ich gesagt, ja gut, das kann ich verkraften. Aber es gibt dann neu ab Januar einen Energieaufschlag, der dann nochmal saftig ist. Das heißt, der Preisaufschlag ist dann doch sehr saftig. Habe ich auch noch nie gehört. Als wenn ich jetzt sagen würde, ich verkaufe mein Magazin für 25 Euro plus Energieaufschlag, der variabel ist. Aber du kannst ja nichts dafür, wie meine Energiekosten sind und ich kann nichts dafür, wie die Energiekosten von DHL sind. Ich kann die auch nicht beeinflussen. Das ist ja völliger Humbug, zu sagen, man nennt das Energieaufschlag, ich soll halt die Preise erhöhen, dann ist gut, aber nicht so ein Quatsch. Ich kann mir genau vorstellen, wie da so ein Workshop im Management-Marketing-Team gewesen ist. Wie verkaufen wir die Preiserhöhung, ohne dass es zu schlimm nach Preiserhöhung aussieht. Es kam irgendwie auf die Idee, wir könnten noch einen Energieaufschlag machen. Und neu, so unter uns, neu ab nächstem Jahr November gibt es dann einen Peakaufschlag. Das heißt, November, Dezember kommen da nochmal, ich glaube, 20 Cent pro Paket rauf, was eine ganze Menge ist. Also in der Weihnachtssaison, da habe ich 4000 Pakete, mal 20 Cent, ist dann schon Geld. soll ich dann das Porto erhöhen zu Weihnachten? Kann ich irgendwie auch nicht machen. Also bleibe ich ja drauf sitzen. Die Idee dahinter ist, dass ich animiert werde, mein Geschäft besser aufs Jahr zu verteilen, weil die Post hat natürlich ein Problem zu Weihnachten, verstehe ich ja auch. Aber das Problem ist natürlich, das kann ich ja nicht. Du kaufst halt Weihnachtsgeschenke nicht im Juni. Du bist ja eigentlich schuld, weil du deine Weihnachtsgeschenke im Dezember kaufst. Und zwar am 22. am liebsten. Statt im Juni. Eigentlich wäre es ja deine Aufgabe, quasi das schon mal im Vorfeld zu kaufen. Ich mache das so. Ich sammle Weihnachtsgeschenke das ganze Jahr über. Wenn ich was sehe, kaufe ich das schon mal. Und du packst es in den Schrank. Das heißt, ich kann das gar nicht machen. Wie soll ich denn das machen? Also ich bin ja völlig machtlos. Naja. Ansonsten beschäftige ich mich gerade mit Backups. Das ist immer so ein Thema zum Jahresende. Ich fange dieses Jahr ein bisschen früher an. Ich habe mal ein Video dazu gemacht. Wir haben eine Synology Station hier stehen. Also einen Server, wo wir unsere ganzen Daten drauf haben. Und die Festplatten halten nicht ewig. Da kann man die Strategie haben und wartet, bis sie kaputt gehen. Und ärgert sich dann. Ich fahre proaktiv. Ich tausche gerade die Festplatten aus. Das ist eine größere Sache natürlich, das alles zu migrieren und so weiter. Das heißt, ich habe einen Satz neue Festplatten gekauft. Die alten schmeiße ich weg. Also archiviere ich, aber per se kommen die weg. Weil ich dann sicher bin, dass die noch gehen, weil eine Festplatte hat eine Lebensdauer. Die ist relativ lang. Also die halten wahrscheinlich noch zwei Jahre, aber es ist halt einfach doof, wenn nicht. Deswegen bin ich da sehr proaktiv. Weil ich lebe von meinen Daten so ein bisschen. Also ohne Daten sehe ich irgendwie alt aus. Deswegen. Da ist immer drüber nachdenken, wie alt ist denn eigentlich dein Backup-System? Ist die Festplatte wohl noch gut? Oder wie lange hält die wohl noch? Oder ist es nicht Zeit, am Black Friday neue Festplatten zu kaufen? Wollte ich eigentlich nach Black Friday machen, aber ich hatte jetzt einfach mal das Gefühl irgendwie, ich habe ein ungutes Gefühl, weil wir gerade auch so viel gemacht haben und ich so viele wichtige Daten habe im Moment. Na gut. Und dann habe ich gesagt, ich habe die Nase voll, ich habe die Nase voll. Ich habe ja gerade das Video gemacht zu der Sony A7R5. Das ist halt echt doof für mich. So muss ich sagen. Alle Filme machen Marketing auf die gleiche Art im Moment, mit einer Ausnahme. Und das ist Apple. So. Wenn man was anders macht als Apple, finde ich, muss man einen guten Grund haben. Man kann das anders machen. Man kann sagen, man macht es besser, weil, okay. Keiner macht so viel Geld wie Apple, aber, also die machen ja was richtig. Was Apple richtig macht und alle anderen falsch ist Folgendes. Apple kommt irgendwann mit geheimen neuen Produkten, also irgendwann kommt die neue Uhr und dann ist sie noch nicht verfügbar und vorher gibt es auch nicht dann 1000 Reviews schon oder zu dem Zeitpunkt 1000 Reviews zu, weil, was alle anderen falsch machen ist, die A7R5 kam raus und zu dem Zeitpunkt gingen dann 30 Videos live und danach passiert nichts mehr. Das heißt, ein Paukenschlag, wo alle merken, ja, es gibt eine neue Kamera und dann die große Leere. Das ist für die Kamerahersteller doof, weil die verlieren ja wirklich Marketingpower, statt immer wieder was zu machen. Dann, für mich ist das doof, weil ich habe die Kamera jetzt verheimlichen müssen. Ich war damit auf Teneriffa. Ich hätte super viel Werbung dafür machen können und ich hätte auch super viel mit euch interagieren können. Also ich hätte viel mehr Aufrufe kriegen können. Ich hätte viel mehr Werbung kriegen können von euch, weil ich lebe ja auch von Aufrufen und ich hätte sich schon durch Fotos zeigen können und so weiter. Ich hätte fragen können. Ich hätte euch fragen können, was wollt ihr wissen? Also das Review wäre besser gewesen. Ich hätte viel mehr Aufmerksamkeit gekriegt. Sony hätte mehr Werbung gekriegt. Alle hätten gewonnen, aber ich darf nicht. Das mal habe ich die Nase ein bisschen voll. Das heißt, ich werde das mal ausprobieren, dass ich das nächste Mal nur ein Unboxing mache, wenn die Kamera rauskommt und sage, hier, ich habe sie, warte noch eine Woche und dann mache ich das Review erst danach. Das macht es mir einfacher, weil ich kann besser planen. Es bringt mir mehr Aufmerksamkeit. Es bringt euch die Möglichkeit einzugreifen, zu interagieren. Dann habe ich auch weniger Fehler drin. Weil natürlich eine neue Kamera, ich habe meistens die Spezifikationen noch nicht, aber zu dem Release-Datum habe ich sie, aber vorher habe ich sie meistens nicht. Das heißt, ich sage auch mal was Falsches. Oder ich mache halt Bedienungsfehler und merke das nicht, weil wenn ich jetzt ein Fuji, angenommen Fuji schickt mir die nächste Kamera, die kann ich jetzt nicht so gut bedienen wie eine Sony, dann mache ich auch einfach Sachen falsch, weil ich es nicht gewohnt bin, weil ich es bediene wie eine Sony und nicht wie eine Fuji. So könnte ich zwischendurch mal fragen, Instagram und so, ich habe hier folgendes Problem, kann mir mal einer helfen? Und habe ich 30 Antworten und zwar innerhalb von drei Minuten. Das heißt, mein Problem ist sofort gelöst, mein Review wird besser, es wird sachlicher, es macht weniger Fehler und so weiter. Also alle gewinnen. Das werde ich ausprobieren. Liegt dann an euch, ob ihr euch daran beteiligt und ob das Sinn macht oder ob ich nachher wieder sage, ich mache es mir einfach, weil das macht mehr Arbeit, macht aber das Ergebnis glaube ich besser. Die Kamerahersteller finden das doof, habe ich schon gemerkt. Verstehen das mal wieder nicht, weil die sind in den Köpfen drin, wir müssen alle gleichzeitig, alles gleichzeitig posten. Und ich sage, nein, ist doch völlig doof. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Wer hat, als die A7R5 rauskam, wer hat an dem Tag die Kamera bestellt und hat das Gefühl, er muss sie an dem Tag bestellen, statt eine Woche zu warten. Also beim iPhone macht man das. Aber bei allen anderen Produkten reicht es nicht oder da kommt es ja meistens nicht auf den Tag an. Ist so meine Meinung. Deswegen probieren wir das mal, ob ich nicht den Kameraherstellern aufzwängen kann, wie man das vernünftig macht, weil der Wiesner das mal wieder, der Wiesner mal wieder denkt, dass er es besser weiß. Ja, genau. Also, ich wünsche ein schönes Wochenende, bleib gesund, wir sehen uns nächste Woche, wir sehen uns vor dem nächsten Wochenende, bin ich mir ganz sicher, so unter uns. Bis dahin, tschüss.